hallo in diesem video nur ein kleiner ausblick auf den kommenden firefox hier gerade im bild firefox 31 im aurora look dieser look war ja eigentlich schon hatten wir in einem anderen video gesagt für den firefox 28 angekündigt wurde aber in letzter sekunde verschoben ist jetzt für firefox 29 angekündigt was nicht heißen soll dass das nicht noch mal verschoben wird das einstellungsmenü soll als nächstes überarbeitet werden hier derzeit noch das alte einstellungsmenü drin hier ganz normal über die optionen aufrufbar so quasi seit der ersten version von firefox und künftig soll das ganze einfach so aussehen dann bekommt man das hier ist noch nicht ganz fertig deswegen nur über die url aufrufbar denn hier fehlen noch einige tabs kann man feststellen wenn man das vergleicht mit der ansicht die ich gerade noch hatte da fehlen noch einige einträge ist doch nicht alles fertig aber so soll es aussehen ebenfalls begonnen haben die planungen werbung im firefox einzubauen offenbar wird das geld knapp oder die entwicklung immer teurer hinzu kommt dass der vertrag mit google früher oder später ausläuft was nicht so prickelnd wäre natürlich man könnte dann auch noch zu microsoft gehen aber die zahlen wahrscheinlich nicht so viel wenn da kein wettbewerb ist platziert werden soll das ganze innerhalb der kacheln auf der neuen tab seite hier im firefox 31 schon angedeutet bbc youtube facebook und wired und natürlich jeder andere der dafür bezahlt um hier zu landen dass es sich dabei um werbung handelt und nicht etwa um bereits zuvor aufgerufene webseiten soll ganz deutlich kenntlich gemacht werden dabei soll diese werbung nur einmal alle 30 tage aktualisiert werden das dürfte also nicht für viel traffic sorgen auch sollen keinerlei daten auf der platte oder des nutzers zum beispiel um nutzer orientierte werbung anzuzeigen ausgelesen werden nur die gleichen daten die zum beispiel ebenfalls ausgelesen werden in anführungsstrichen wenn sie auf mozilla.org zugreifen also die ip und damit eben die location damit eben im fall wenn sie von deutschland aus zugreifen auch deutsche werbung angezeigt wird aber ihr verlauf oder ihre cookies sollen nicht ausgelesen werden werbung im firefox in diesem zusammenhang wird natürlich die vorgehensweise der adblocker interessant sein der firefox war der erste webbrowser der das konzept der erweiterungen vollständig umgesetzt hat und damit auch erweiterungen wie den adblock überhaupt erst ermöglicht hat jetzt ist man selbst auf die werbung angewiesen und da wäre natürlich nur ein eintrag im firefox vonnöten und schon block der adblocker auch hier die entsprechende werbung aber das wäre eventuell ein verstoß gegen die mozilla regeln was für das addon dann wiederum die verbannung aus dem mozilla store oder der webseite bedeuten könnte und ein addon das aus dem offiziellen shop rausfliegt das dürfte es ziemlich schwer haben nur wenige nutzer nutzen drittquellen mit der latenten gefahr dass man sich eventuell einen trojaner installiert können sie ja eventuell bei sich selbst prüfen wann haben sie mal ein addon für den firefox nicht von der original mozilla seite geladen bleibt also abzuwarten wie sich das ganze entwickelt wird das ein erfolg ist damit zu rechnen dass die anderen webbrowser nachziehen nur nicht natürlich der google chrome denn gut der ist streng genommen schon eine einzige werbefläche für google sie können ja mal über die kommentare mitteilen was sie darüber denken ich persönlich habe damit keine großen probleme ich nutze den firefox schon sehr lange und wenn man darüber etwas zurückgeben kann dann mache ich das durchaus gerne vorausgesetzt natürlich die werbung ist nicht nervig haben wir alle schon in anderen videos bezüglich nerviger werbung ich sag jetzt mal angesprochen insoweit kürzen wir das hier ab und ebenfalls mir ist natürlich bekannt dass das nicht die einzige möglichkeit der finanzierung ist firefox bekommt von google geld wenn ich hierüber suche und firefox bekommt von binggeld wenn ich darüber suche yahoo und amazon und ebay und so weiter sind auch alle dabei ich schätze mal nur hier gibt es kein geld aber bei den kommerziellen hier oben da gibt es ganz sicher geld wenn ich diese suche benutze und das geld geht natürlich auch an mozilla also das eine weitere möglichkeit man darf gespannt sein ok